Alter, ich liege jetzt hier, das sind normale Gedanken. Und jetzt sagt ihr, er ist wieder der Durchgepeitschte. Es ist aber die Wahrheit, es sind Sachen aus dem Leben. Alter, das ist doch nicht normal. Ich reche mich gerade nicht auf, aber das ist nicht normal. Seid mir nicht böse. Yo, servus und ganz herzlich willkommen wieder hier auf dem Marcel Herzog-Kanal. Mein Name ist Marcel Herzog, ich bin Autor, Flirt und Kommunikationscoach. Und heute möchte ich mal auf ein Video reagieren von einem Sozialpsychologie-Professor. Nämlich dem Professor Erb, der hier mit einem relativ bekannten YouTuber, dem Tim Gabel, ein kleines Interview geführt hat. Das Video ist relativ unbekannt, ist auch schon zwei Jahre alt. Und da geht es um Pick-up-Artists und mich hat das Ganze interessiert. Und deswegen dachte ich mir, wir können hier einfach mal auf Assi-Basis drauf reagieren und uns das anhören. Ich habe es schon einmal angeguckt, das heißt, ich kenne auch den Inhalt. Also es ist jetzt nichts Überraschendes für mich dabei, aber ich denke, es ist auf jeden Fall auch interessant für euch. Weil ich werde auch nochmal dazu Stellung nehmen auf den einen oder anderen Teil, der mich auch ein bisschen angetriggert hat. Los geht's. Lies ja die ganz gut, die Pick-up-Artists. Weißt du, was das ist? Pick-up-Artists? Ich verstehe... Ja, nee. Das sind diese... Ich verstehe die Wörter, aber ich kriege es nicht zusammen. Ja, also ich muss auch sagen, ich würde mich selber jetzt nicht als Pick-up-Artists definieren, weil ich finde einfach dieses Artist am Ende total scheiße, ja. Jeder, der einen Artist hört, der denkt an irgendeinen Kerl mit Strumpfhosen, der durch einen Zirkus hüpft. Und da sehe ich mich halt einfach gar nicht drin. Aber Pick-up, aufreißen, flirten, baggern, ist ein bisschen abgedroschen, geht auch so ein bisschen in die Richtung, ja, macht ihr mal eine klar oder klären, ja. Das ist natürlich ein bisschen ein abgedroschenes Wort, aber an sich ist es ja viel, viel mehr als nur mal eine klar machen oder eine aufreißen. Aber wir hören uns mal das weiter an und dann schauen wir mal, was wir noch so alles an superintelligenten Input hier dazu steuern können. Außer nicht, weil es eine sehr komische Sache ist. Und zwar sind das, das sind meistens Männer, die versuchen, Frauen abzuschleppen, systematisch. Die gehen dann auf die Straße und sagen, ich setze mich diesem Einfluss aus, weil ich bin vielleicht, davor hatte ich häufig nicht wirklich die Eier oder den Mut, jetzt eine Frau anzusprechen. Und ich möchte mich dem quasi aussetzen, so klassische wie bei Leuten, die Phobien haben. So, hier ist das Bild vom Fahrstuhl und jetzt laufen wir mal zu einem hin. Also an sich ja mal vielleicht gar nicht so dumm, vom Grunde. Konfrontation, ja. Genau, aber die gehen dann hin und versuchen auch genau das zu systematisieren, diese Interaktion mit der Frau, um schnellstmöglich zum Sex zu kommen. Ja, und hier sehen wir halt, er versucht halt sofort, krampfhaft auch schon ein bisschen, das Thema ins Negative zu framen, ja, vor dem Professor. Er will wirklich hier systematisieren und so weiter und das stimmt ja eigentlich nicht. Also hier sind eigentlich schon zwei Fehlschlüsse drin. Zum einen, ja, es gibt bestimmte Systematiken, die auch Pick-up-Artists anwenden. Das ist ja aber im Prinzip auch das Gleiche, was jeder natural oder jeder normale Mensch anwendet, wenn er flirtet. Man hat halt am Anfang den Anziehungsaufbau, dann den Vertrauensaufbau und dann wird das Ganze sexuell. Ja, das ist im Prinzip immer das Schema und da habe ich auch einen Link, kann ich euch hier auch nochmal in die Infobox packen, zu den Säulen der Verführung. Mega spannend, weil da sieht man auch nochmal die komplette Systematik. Aber wenn man zum Beispiel jetzt auch mein Buch anguckt, dann ist ja hier immer auch der Weg der, dass man zwar schon sich diesen groben Phasen bewusst ist, eventuell auch teilweise was auswendig lernt, ja, aber da geht es wirklich nur um ganz kleine Fetzen oder nur um ganz, also um Dinge, wo man sich mal so festhalten kann, weil gerade beim Ansprechen zum Beispiel, der Opener ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, weil wenn du jetzt ansprichst, ja, jetzt kommt, oder du, du, mach mal ein Beispiel, ganz konkretes Beispiel. Du läufst durch einen Club, ja, auf einmal kommt um die Ecke eine halbe, also so eine richtige Traumfrau, zack, und du stehst vor ihr und du weißt nicht, was du tun sollst, was du sagen sollst, du bist einfach überfordert. Und in so einer Situation macht es absolut Sinn, einfach so einen Satz oder irgendwie zwei Sätze vorgefertigt im Hinterkopf zu haben, um hier einfach sich daran festzuhalten, um es überhaupt hinzubekommen, sie anzusprechen. Weil dir fällt da halt dann in so einer Situation nicht irgendwie großartig was ein, ja. Von dem her, hier systematisiert man tatsächlich und hier geht man auch wirklich auf dieses canned material, sagt man, also wirklich so diese Konserven-Sätze, aber nur für diesen Zweck. Besser ist es natürlich immer, wenn man das komplett spontan locker rüberbringen kann, aber das ist ja gerade das Problem von Anfängern, die hier halt noch Hemmungen haben, noch Ängste haben und so weiter und halt nicht richtig damit umgehen können. Und der zweite große Punkt, den er jetzt hier auch schon bringt, ist, die wollen nur kurzfristigen Spaß. Und das darf nicht sein. Die bösen Männer, die kurzfristig Spaß haben wollen, ja, es kann ja nicht, es gibt, auf dieser Welt kann es ja keine Frauen geben, bei denen das eventuell auch so ist, die kurzfristigen Spaß haben wollen. Aber bei Männern, Sexisten, ja, geht gar nicht. Ja, machen wir mal weiter. Ja. Wie, also ist das vielleicht eine missbräuchliche Art, Persuasion zu, zu... Oh, da kommt schon die Keule. Könnte es, also Manipulation, ja, erstes Semester, wenn du jemand was auf die Zunge legen willst, könnte es vielleicht eine missbräuchliche Art, könnte es eventuell möglicherweise sich hierbei um Manipulation handeln, ja, könnte es sein, dass du jetzt im Moment an einen rosa Elefanten denkst, der gerade Schlitzschuh fährt, ja, wäre das eventuell möglich? Ah, ja, ja, ja. Zu lernen oder es kommt drauf an, Missbrauch ist natürlich eine Geschichte, dann, aber jetzt komme ich wieder in moralische, juristische Ecken. Ey, die Verge***ten, die man dazu bringe, etwas zu tun. Oh, sie Verge***ten, das hat jetzt so relativiert. Ist sie ver... Ah ja, nee, nee, also Verge***ten tun sie nicht. Ja, da, puh, ja, da sind wir ja gerade nochmal vorbeigeschrappt hier. Was er gar nicht möchte. Also, was ist sinnvoll in dem Zusammenhang? Wenn ich jetzt eine Frau habe, die schnell Sex sucht und einen Mann habe, der schnell Sex sucht, dann ist das ja alles gar kein Problem. Das Problem wird eher dann, wenn es natürlich unterschiedliche Motive gibt in dieser Situation, die Frau sich mehr verspricht, eine längere Beziehung im Sinn hat, was übrigens häufiger bei Frauen der Fall ist als bei Männern. Ja, da sind wir genau das Thema mit dem Oxytocin. Also, das bestätigt ja auch vieles der Theorien, die auch mir bekannt sind aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass eben bei Frauen Oxytocin nach dem Sex... Also, Frauen selektieren auf Qualität, Männer selektieren auf... Also, streuen erstmal, ja, die gehen erstmal her, boah, geiler Arsch, boah, würde ich gern kennenlernen, ja. So sind ja Männer tendenziell, tendenziell, nicht alle sind so, ja, eher drauf. Und Frauen tendenziell eher so, nicht alle sind so, ja, für die nicht alle Polizei, dass sie eben erstmal qualitativ hochwertiger selektieren. Und dementsprechend versuchen nach dem Sex auch eine gewisse Bindung zum Mann zu halten. Und der Mann sagt dann, ja, okay, wir können in eine längerfristige Beziehung gehen oder nicht. Also, Frau Wärter von Sex und Mann Wärter von Beziehung im Prinzip, ja. Und das macht hauptsächlich halt auch die Evolutionspsychologie und hier auch das Gehirn, das natürlich hier starkes Oxytocin ausschüttet. Vor allem, wenn es weniger Sexualpartner sind, die die Frau hatte, heftiger Oxytocin-Schub, der dann hier auch dazu führt, dass sie eher binden will. Ja. Ja, das weiß man ja auch. Also, ich glaube, das kann man auch im Alltag beobachten, ja. Gibt es auch so Studien, ne. Also, Männer sprechen Frauen an. Möchtest du Sex mit mir haben, kriegen 96% Ablehnung. Frauen sprechen Männer an. Möchtest du Sex mit mir haben, kriegen 96% Ablehnung. Ich glaube, ich übertreibe gerade ein bisschen. Es ist nicht ganz so dolle, aber ganz typisch, ja. Nein, doch. Das hängt wahrscheinlich auch mit unserer evolutionären Situation zu tun. Klar, die Frau hat ein viel größeres Investment bei der ganzen Geschichte. Bitte? Die Frau hat ein viel größeres Investment in... Ja, ja, genau. Das ist das Problem, ne. Du bist also... Oh. Jetzt bewegen sie sich aber auf sehr sexistisches Terror. Oh, 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 oh. Ob da kein... Das ist ja schon zwei Jahre altes Video. Aber, ja. Heftig. Neun Monate schwanger und hast zig Jahre, bis sie endlich aus dem Haus sind. Hotel Mama und dann sitzt er mit 35 nach oben, ne. Und der Mann macht Hit and Run. Lässt sich die Links machen. Und der Mann kann am Tag, ich weiß, also ich will jetzt nicht angeben, aber als Mann... Shut the fuck up! Das ist doch durchaus möglich. Könnte der Mann natürlich mehrere Kinder am Tag zäulen, ja. Ja. So, aber jetzt ernsthaft. Das ist dann sinnvoll, wenn beide die gleichen Ziele im Sinn haben, was typischerweise aber nicht der Fall ist. Und dann ist es natürlich... Ich finde es auch auf eine gewisse Weise verwerflich, jetzt irgendjemanden dazu zu bringen, mit Tricks irgendwas zu tun, was er sonst... oder sie in dem Fall... Ja, und da ist jetzt halt auch wieder die Frage, was sind Tricks, was ist Manipulation. Es ist halt einfach auf diesem Gebiet nicht so einfach, eine einheitliche Definition zu finden, was das konkret heißt. Es ist wirklich nicht so einfach. Vor allem beide Geschlechter tricksen, manipulieren, wenn man das jetzt in einem sehr weiten Sinn sieht. Beispiele, Make-up, High Heels, vielleicht auch gemachte Brüste, gefärbte Haare, verlängerte Wimpern. Also da gibt es wirklich unfassbar viel bei der Frau, ja. Und sie tut es nicht nur für sich, ja. Sonst würde sie auch zu Hause alleine, wenn sie Sex and the City guckt und auf dem Sofa gammelt, das tun. Und beim Mann sind es eben Kommunikationsskills wie Pick-up und sowas, die er aber davor oftmals auch nicht hatte, ja. Frauen sind ja, was diese ganze soziale Interaktion angeht, deutlich, deutlich besser als Männer, ja. Weil sie eben schon mit Barbie und Ken spielen, weil man schon bei Kindern, Säuglingen sieht, dass sie eben Gesichtszüge, also Mädchen schon Gesichtszüge nachahmen und so weiter und hier schon sehr, sehr stark reingehen. Und ein Mann hat in der Regel einfach schon von Anfang an eigentlich ein leichtes Defizit, was das angeht und muss das halt irgendwie aufholen. Und dementsprechend ist halt Pick-up, ja, Selbsthilfe für den Mann in dem Fall, Kommunikations- und Marketing-Skills, um hier bei Frauen halt eher zu landen, ja. Und dementsprechend ist halt immer die Frage, wo fängt da Manipulation an und wo hört es auf? Weil meistens etwas, was sie sonst nicht getan hätte, um Gottes Willen. Aber wir haben das natürlich in der Werbung auch, ja. Also wenn mir das nicht eingepläut worden wäre mit dieser Nuss-Nougat-Creme, hätte ich, wäre ich womöglich gar nicht auf die Idee gekommen, das irgendwie zu kaufen oder sonst was. Und am Ende falle ich auf die Werbung rein. Also das haben wir sozusagen immer. Ja. Und das passiert ständig. Also, ja, das stimmt halt. Und auf Werbung oder sowas, da würde ich ja auch nicht auf die Idee kommen, mal bei einem Konzern da zu stehen und zu sagen, hey, du machst Werbung, du hast mich manipuliert, ja. Ich habe irgendwie im Supermarkt jetzt 87 Tüten Chips gekauft, ich will mein Geld zurück. Das ist miese Manipulation, ja. Also es passiert halt wirklich ständig. Es sind halt einfach Marketing-Tools, die man für sich selber einsetzt. Also der Mensch ist ja auch empfänglich dafür, weil es unterbewusste Programme gibt, die ja das auch wollen. Also die quasi den Mann, den Mensch dazu bringen und zu verleiten, das zu tun, weil halt bestimmte Indikatoren zeigen, hey, das ist was Gutes, ja. Es sind Signale, dass es sich hier um gute Ware beziehungsweise um gute Männer handelt. Die Frage ist halt nur, wenn denn gar nicht das dahinter steckt, was man simuliert, in Anführungsstriche, dann wird es natürlich gefährlich. Aber oftmals ist ja Pick-up nur der Anstoß dazu, dass der Mann sich dann ja auch langfristig und dauerhaft verändert und dann wirklich auch das ist, was er hier an Techniken auch zeigt. Ja, also es funktioniert natürlich nicht, wenn du einfach sagst, ah ja, ich muss jetzt ein dominanter Mann sein, der einmal, zweimal C&F macht. Ja, Cocky Funny, Pick-up-Technik, eine der klassischsten Pick-up-Technik, habe ich auch ein Video, dazu blende ich euch mal ein hier. Er macht jetzt ein bisschen C&F, kriegt die Frau dann rum und dann lässt er es, dann macht er es nie wieder und ist dann ein totaler Beta und ein schleimiger Wurm. Dann ist es natürlich das Ü-Ei gekauft. Aber wenn es ein Mann ist, der dann wirklich das dann auch langfristig für sich und für seine Persönlichkeit etabliert, dann ist es natürlich auch ein Teil von ihm. Und dann kriegt die Frau ja genau das, was er ihr da zeigt. Ja, also versteht ihr, was ich meine? Ich manipuliere nicht, indem ich irgendwelche Fake-Techniken anwende, die ja kein Teil von meiner Persönlichkeit sind, sondern ich habe das ja in meiner Persönlichkeit integriert. Und dann gibt es ja auch keine Manipulation in dem Sinn. Wisst ihr, was ich meine? Das passiert auch zwischen uns beiden. Ja, es gibt gute und schlechte Überzeugungen. Ich sage was, nee, ich verändere auch. Es gibt gute und schlechte Überzeugungen und da zeigt sich sehr eindrucksvoll, was für ein geistes Kind er ist. Er hat halt wirklich dieses Empfinden richtig falsch, ja, und es gibt keine Nuancen. Das, was Pick-Up-Artists machen, ist schlecht und ich will jetzt hier die Bestätigung haben, dass das hier halt auch scheiße ist. Einfach geil. Brainwashed. In dem Augenblick, wo ich das sage und umgekehrt auch. Du stellst eine Frage jetzt in unserem Format und da gibt es einen ständigen Einfluss, einen gegenseitigen Einfluss. Das können wir ja nicht als verwerflich betrachten. Das ist der Alltag und das funktioniert so. Das stimmt. Ja, das stimmt. Und wenn ich meine Frau überzeugen kann, heute Abend indisch essen zu gehen, statt zu Hause zu bleiben oder umgekehrt, dann ist das ja nichts Verwerfliches. Ich finde, das Problem ist, dass, also jetzt, vielleicht hole ich weiter aus, weil du hast die Information nicht, das wird ja auch kommerzialisiert. Das heißt, es gibt dann quasi Leute, die sagen, hey, ich bringe dir bei in Form eines Kurses. Da kommt jetzt das Argument Kommerzialisierung. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich und Hand aufs Herz. Was ist ein Führungskräfteseminar? Was ist ein Streitschlichtungsseminar? Was ist Werbung? Was ist Make-Up? Und die ganze Schönheits-OP-Industrie, das sind ja alles Dinge, wo ich nutzen kann, um quasi mein Gegenüber zu beeinflussen, zu beeindrucken. Wo ich dann, wo ich Beeinflussung oder Manipulation eigentlich damit machen kann, wenn man das im erweiterten Sinn sieht. Also es ist ja fast eine philosophische Frage, dieses ganze Manipulationsthema. Ja, da kann man sich wirklich sehr, sehr lange und sehr ausführlich drüber streiten. Geheimnisse, wie du mit Frauen sprichst, die anderen Männern verwehrt bleiben, damit du eine viel bessere Quote hast. Und dann im Sinne von so einer Exposition oder Konfrontationstherapie, in Anführungszeichen, dass du Leute nimmst, die quasi in dieser Domäne Angst haben, sich dem dann stellen und dann quasi das lernen. Das kann ja was Schönes haben, weil es ist auch vielleicht nicht für junge Männer offensichtlich, wie sie mit Frauen umzugehen haben. Vor allem jetzt mit diesen ganzen... Ja, also das ist ja auch ein großer Faktor. Männer, die halt sehr eingeschüchtert sind, dass man die halt dann erstmal mit der Frau konfrontiert, dass sie sich ihre Ängste stellen, dass sie einfach auch sehen, dass es nicht so schlimm ist, Frauen kennenzulernen und auch lernen, mit Frauen zu sprechen. Weil Männer und Frauen kommunizieren unterschiedlich und es ist sehr wichtig, dass man auch übt, mit Frauen zu kommunizieren. Ich habe zum Beispiel mal auch eine Zeit lang mit meiner Cousine versucht, öfter dann auch Gespräche zu führen. In der Zeit, wo ich wirklich super, super unsicher war, einfach um mal hier einfach dieses Weibliche mehr auch mich mit Weiblichen zu umgeben. Ja, ganz am Anfang war das für mich wirklich eine gute Geschichte, eine gute Sache. Die ganzen Feminismusbewegungen, die vielleicht viele nicht so ganz offensichtlich sind, zu identifizieren als Mann, ne? Ja, klar. Also das kommt dann auch noch dazu, dass dann halt der Mainstream und der Feminismus dann halt auch so Debatten halt raushauen, wie Catcalling. Ja, ist schon, hallo, ich finde dich attraktiv, ja, ist das schon Catcalling. Teilweise sind die Grenzen ja auch, was solche Aktionen dann angeht, so heftig, dass ein Mann ja komplett verunsichert ist und Angst hat, sofort als belästiger, vergewaltiger, keine Ahnung was, gebrannt mag zu werden, obwohl er sich natürlich hier komplett weit davon entfernt, irgendwie Frauen schaden zu wollen oder also irgendwas Übergriffiges hier auch tut, ja? Weil Pickup hat damit wirklich gar nichts zu tun. Im Gegenteil. Weil Frauen sind ja glücklich darüber, wenn sie solche Männer kennenlernen dürfen, ja. Also, ich meine, auch hier wird einem häufig das Signal übermittelt, sei es verwerflich, wenn ich jetzt einer Frau einfach höflich nett mitteile, dass ich sie schön und attraktiv finde. Das ist ja keine sexuelle Belästigung. Richtig. Ja. Kommt drauf an, bei wem es ankommt. Ja, und da sind wir nämlich im Bias von der Geisteswissenschaft oftmals. Kommt drauf an, wie der, also wenn wir dem Opfer halt hier immer, also dem vermeintlichen Opfer hier die Karten in die Hand geben, dann kann ich ja alles als Belästigung sehen, ja. Dann komme ich mit einem roten Schal an und die Frau mag den roten Schal nicht und kann mich direkt hier theoretisch stigmatisieren, weil ich halt hier irgendeinen Trigger bediene. Also, wenn wir in die Richtung abdriften, ganz schwieriges Thema. Genau, genau. Und ich denke aber auch, dass hier viele Frauen mir wahrscheinlich zustimmen würden, was das angeht. Und dann ist es aber auf der anderen Seite vielleicht für den jungen Mann nicht so ganz offensichtlich. Und dann verstehe ich, dass er sich dem zugezogen fühlt, weil er nicht weiß, wie das funktioniert und da hat er die Form, das zu trainieren, weil ihm jemand verspricht, zu wissen, wie das funktioniert. Aber, was ich einfach nur sagen will, ist, dass da Leute hingehen und denken, oh, hier lernt ich jetzt, wie man mit Frauen umgeht, aber das eigentlich nur eine sehr primitive Einbahnstraße ist. Die ist wie so ein schöner Freizeitpark. Die sieht super schön aus, sehr verlockend, aber im Grunde genommen ist das, denke ich, per... Das sehe ich halt gar nicht so, weil es ist ja nicht super verlockend und einfach. Weil, wenn du zu einem Dating-Coach gehst, dann musst du ja deine Ängste ins Auge blicken. Dann weiß eigentlich jeder, dass man auch Frauen ansprechen muss, dass man auch Frauen, mit Frauen in Kontakt treten muss, dass man sich wirklich seiner, seiner alten, seinen alten Limiting-Beliefs stellen muss und wirklich auch den Willen zeigen, was ändern zu wollen. Krass. Während jetzt sowas wie Tinder Gold, ja, oder irgendwelche andere Dating-Apps, wo man ja das Gefühl hat, es wird einem so leicht gemacht, ja, oder irgendwelche Fremd-G-Seitensprung-Plattformen, was es nicht alles gibt, ja, wo man wirklich... Ah ja, ich klicke nur, ich melde mich nur an, ich überweise nur einmal im Monat die Knete, ja, und dann kommst du aber... Also dann wirst du auf jeden Fall eine finden, die mit dir ein richtiges Topmodel, ja, die mit dir, die dich dann halt vögelt, bis du komplett zerlegt bist. Und das ist ja auch richtiger Bullshit, ja, und das finde ich, in dem Fall wäre das vielmehr so ein Beispiel dafür, dass man einem das Tolle verspricht, aber am Ende gar nichts halten kann. Persönlich, das ist die Frage, endlich, stumpfen diese Leute ja ab, weil sie ja ein vorgefestigtes Interaktionsschema lernen. Ja, also ich stimme dir ja 100% zu. Stumpfen ab, weil sie ein vorgefertigtes Interaktionsschema lernen, ja, also das sehe ich halt nicht so, weil es ja auch dieses vorgefertigte Schema eigentlich nicht gibt. Es gibt grobe Phasen und es gibt grobe Eigenschaften, wie, worauf Frauen in der breiten Masse anspringen, wissenschaftlich bewiesen, zeige ich euch auch direkt im Video hier, das ich euch jetzt mal verlinke, das Video zum Thema Anziehung. Und da seht ihr ganz genau, was das ist, worauf eine Frau abfährt. Es ist aber, und das ist ja genau der Punkt, und das ist auch das Spannende, auch der Red Pill Aspekt an der Geschichte. Ich habe dieses große Feld, und es sind wirklich ganz, ganz große Kategorien, wo bei der Frau Interesse entstehen, ja, und er wird mir auch Recht geben, der Professor, in den nächsten Minuten. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, mich so zu positionieren, dass es immer noch im Einklang mit meiner Persönlichkeit ist und dementsprechend dann auch im weiteren Verlauf Frauen, die zu mir passen, dann auch in mein Leben ziehen. Ja, das ist ja das Wichtige an der Stelle. Und es ist nicht nur vorgefertigtes Material, also er spricht hier wirklich von Pickup Artists, vielleicht aus der Zeit von Mystery, ja, wo ich wirklich für jede Phase eine ganz konkrete Routine hatte, ja. Hier die Erdbeerwiese und wie es alles hieß und Handlesen und Scheißdreck, da sind wir ja mittlerweile wirklich meilenweit davon entfernt. Dementsprechend trifft auch hier das Argument nicht mehr darauf zu, dass man hier nicht mehr authentisch ist oder sowas, ja. Und ich halte auch nicht viel von diesen Flirtschulen, so kenne ich das. Ja, genau. Jetzt gerade auf YouTube, wo ich dann denke, da wird... Also wenn der Professor möchte, ich zeige ihm sehr gern meine Schule, ja, und dann können wir gern, sehr, sehr gern mal einen Talk machen, auch zusammen ein Video drehen und dann schauen wir uns das gern mal gemeinsam an. Ich glaube nicht, dass er die Meinung weiter vertritt, wenn er mal bei mir reingeschaut hat. Ich muss auch sagen, ich habe ja auch mit einer Psychologin zusammen, zwei Psychologinnen mittlerweile schon, mit denen ich auch das Programm schon gereviewt habe. Und hier habe ich auch eigentlich sehr, 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 sehr gute Rückmeldungen dazu bekommen. Erzählt, du musst das machen und das musst du machen und drittens und viertens. Am Ende kommt noch... Da habe ich wieder diesen Imperativ die ganze Zeit, der meine Ersten widerspricht. Ja, aber am Ende kommt dann noch, du musst authentisch sein. Ja, genau. Wie soll das gehen? Das halte ich also für kompletten Blödsinn. Ja, weil er halt hier sehr punktuell drauf guckt, ja. Also die Timeline ist ja immer die, das habe ich auch versucht in meinem Buch, sehr, sehr gut zu beschreiben, dass man erst mal die Grenze überschreibt. Also erst mal muss man raus aus der Comfortzone. Und jede Entwicklung ist erst mal unauthentisch. Das ist ganz normal. Ja, wie hat sich das für euch angefühlt, als ihr euren ersten Schultag, erster Tag bei der Arbeit oder sonstiges. Das ist neues Terrain, ja. Es fühlt sich erst mal immer scheiße an und man hat den Eindruck, man ist der unauthentischste Zombie auf diesem Planeten. Ja. Ja, und man fühlt sich nicht wohl, wenn man die Comfortzone verlässt. Es ist erst mal immer und es ist programmiert im Hirn des Todes, dass du das einfach erst mal nicht machen willst. Und dann machst du es trotzdem. Dann merkst du, ah ja, okay, da ist die Kaffeeküche, der Kollege ist cool, der Kollege ist vielleicht nicht so cool. Und du gehst wieder hin und wieder hin und es entwickeln sich Freundschaften und wächst dann da rein. Und das ist auch genau das, was ich in meinem Buch beschrieben habe. Ich habe dann immer versucht, Aufgaben zu machen und immer auch zu beschreiben für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Profis. Ja, und wenn man das jetzt an Beispiel von einem Opener nimmt, am Anfang brauchst du einen vorgefertigten Satz, einfach um dich daran festzuklammern, dass du nicht komplett aus deiner Rolle fällst und nicht vor Stottern gar nichts mehr geschissen kriegst. Es kann sein, dass es auch fünf, sechs Mal so passiert, aber dann kommt der Satz in den Fokus und dann hältst du dich daran fest und dann funktioniert es auf einmal. Und dann wirst du lockerer und entspannter, ja, weil das Mindset, das stimmt. Und dann machst du das nochmal, nochmal, nochmal und dann geht es in deinen Charakter, in deine Routine über, wird ein Teil deiner Persönlichkeit. Es fängt an Spaß zu machen, die ersten positiven Rückmeldungen kommen und dann etablierst du das für dich als Teil von dir. Ja, und dann passt du das immer mehr an, immer mehr an, immer mehr an und dann ist das Ganze auch authentisch. Ja, aber hier wird halt suggeriert, Anziehungsphase, du kriegst jetzt hier einen Satz an die Hand, sag diesen Satz, hol dir dann die Telefonnummer, so und so und dann war es das. Und das ist halt grob falsch an der Stelle. Vielleicht gibt es Leute, also ich bin mir sehr sicher, dass es Datingcoaches da draußen gibt, die das auch so machen, aber das ist natürlich komplett auch die falsche Herangehensweise dann in dem Fall. Das ist auch so, das hört sich so an, als wären alle Frauen gleich und als wären alle Männer gleich und wir könnten das sozusagen reduzieren auf vier, fünf Formeln. Ja, und das ist halt genau das, ja und nein, da tun sehr viele dran scheitern an dieser Sicht. Wie gesagt, es gibt evolutionsbiologische Trigger, die ganz klar, und das sind die vier, die ich in dem Video vorhin schon verlinkt habe, in dem Anziehungsvideo, wo wirklich die breite Masse an femininen Frauen drauf anspringt. Also man muss selber sich überlegen, wo bin ich gut und wo habe ich Potenzial, wo möchte ich mich da, ja, verbessern, weil nur dann, wenn du hier halt gut drin bist, hast du Zugriff auf Frauen, auf viele Frauen, ja. Und du kannst das aber individuell gewichten, ja, diese vier Punkte, je nachdem, wie dein Charakter und deine Persönlichkeit natürlich auch ist, ja, je nachdem, was für Frauen du auch kennenlernen willst und mit wem du umgehen willst, ja. Ja, von dem her, es gibt schon so eine gewisse grobe Richtung, ja, ist genauso wie beim, stell dir vor, du möchtest in einen Club, ja, du möchtest in so eine richtig geile Nobeldisco. Letztendlich musst du schöne Schuhe anziehen, ja, vielleicht schwarze, damals Perkins Park in Stuttgart war es immer so, ja, da konntest du nicht mit irgendwelchen weißen Trätern rein. Ey, kommst du nicht rein. Ja, auch nicht mit irgendwas, was nicht, also irgendwas, was Sneaker-mäßig war, ging gar nicht, ja, aber mit Lederschuhe, go for it, ja. Es gab halt diesen, bestimmt, diese bestimmte Hürde, die du überwinden willst. Na also, wenn schon schwul, dann richtig, komm rein. Jetzt kannst du hergehen und sagen, ja, ich will aber ich selber sein, ja, ja gut, dann sei du selber, komm von mir aus mit dem Feinripphemd und mit der Boxershort, aber dann wirst du abgelehnt. Guckst du hier, weiße Schuhe, weiße Hose, roter Handrack, schwul dabei. Und das ist halt die Hürde. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte, ich habe die Hürde quasi geschafft und ich komme in den Club, ja, dann bist du auch frei, was du anziehst. Du musst dich halt in diesem Rahmen bewegen, aber da bist du relativ frei dann, ja. Und so ist es im Prinzip auch mit Frauen. Es gibt diesen Bereich, wo du Anziehung erzeugen kannst, aber da kannst du dann auch individuell sein und es unterschiedlich für dich gewichten. Wir können natürlich gucken, was macht jemanden attraktiv für eine andere Person. Wie schauen Männer und Frauen auf Attraktivität? Ja, es gibt dann Unterschiede, insbesondere dann, wenn man unterscheidet zwischen kurzfristigen Beziehungen, die auch beide Geschlechter durchaus zu schätzen wissen. Oh, Frauen finden manchmal kurzfristige Beziehungen auch zu schätzen, ja. Und dann haben wir natürlich die typischen Alpha-Merkmale, das Aussehen, die Dominanz und so weiter. Bei langfristigen, äh, kurzfristigen Beziehungen und die Gewichtung verschiebt sich dann natürlich, wenn man auch auf Langzeitbeziehungen geht, zum Thema sozioökonomischen Status und so weiter. Hier muss man aber aufpassen, und da macht es, das macht halt der Professor ja an der Stelle nicht, auch auf Attraction und auf Komfort und Rapport quasi abzuschichten. Ja, aber hören wir mal weiter. Ja, und längerfristigen Beziehungen. Ja, ja, das ist Psychologie, über was wir reden, ne. Wir haben auch, und für sowas haben wir auch ordentliche Wörter. Ja, da gibt es meist so Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Aber wenn wir gucken, was macht jemand anderes attraktiv für eine Person, da gibt es bestimmte Faktoren. Der erste Faktor ist, und das geht viel über den ersten Eindruck, über den wir vorhin ja mal gesprochen haben, das ist natürlich die physische Attraktivität einer Person. Wie sieht der aus, wie sieht die aus? Und das ist ganz besonders wichtig, wenn es um kurzfristige Beziehungen. Ja, ich würde aber auch sagen, auch bei langfristigen Beziehungen, weil wenn jetzt ein Mann zum Beispiel, also er sagt ganz besonders, dementsprechend meint er es ja wahrscheinlich auch so wie ich. Also auch bei langfristigen Beziehungen ist die Attraktivität ein wichtiger Punkt. Viele Frauen, die sagen zum Beispiel, ja, er ist toll und alles passt, aber er ist mir zu klein oder sowas. Oder er, wenn ich mit dem durch die Stadt laufe, wie gucken dann die Leute? Also da hat man schon auch ein Riesenthema. Also er muss schon auch hier eine gewisse Hürde reißen oder eine gewisse Grundding packen, damit eine Frau sich dann natürlich auch vorstellen kann, mit ihm hier längerfristig was zu starten. Ja, und die Aussehen, wissen wir alle, gibt es unveränderbare Aussehen, das veränderbare Aussehen. Könnte ich jetzt auch wieder drei Stunden reden, ich erspare es euch. Alles in dem Video drin. Geht ihr zu mir nach Hause oder sie oder nicht? Das ist entscheidend, wie sieht der aus? Bei längerfristigen Beziehungen wird das weniger und immer weniger, für Männer ein bisschen stärker, für Frauen fast schon uninteressant. Weil, wenn er andere Qualitäten hat, sozusagen, dann finden Frauen das, überspielt das Dicke, ob der jetzt wirklich gut aussieht oder vielleicht nicht so doll oder sowas. Solange er nicht abschreckend ist. So, physische Attraktivität. Als nächstes haben wir so etwas wie Nähe, räumliche Nähe, führt dazu, dass wir uns... Ich glaube, die räumliche Nähe, das ist halt... Also, das ist ja auch im Prinzip das, was Mystery sagt mit der 7-Hour-Rule, dass man halt sagt, man muss sich regelmäßig treffen, regelmäßig daten. Dann entsteht halt hier auch dieser Comfort und Rapport. Das ist halt genau das, worauf er jetzt hier auch anspringt. Räumliche Nähe. Klar, er muss vorhanden sein. Ein Partner muss vorhanden sein, damit man ihn wählen kann. Und gerade, wenn es jetzt keine Dating-Apps oder Sonstiges gibt, ja, und das ist auch das, was viele bei hübschen Frauen passiert, weil es bei vielen, vielen hübschen Frauen passiert und viele unterschätzen, dass einfach das Umfeld sofort, also sie dann einfach in ihrem direkten Umfeld sofort wählt, ja. Die geht meistens gar nicht in Tinder oder Sonstiges, weil die einfach in dem direkten Umfeld, da macht die Schluss, ja, und dann ist die direkt mit einem zusammen, den sie sich auch kennt, ja. Das ist ganz typisch. Das hat mit dem zu tun, was ich vorhin schon gesagt habe, mit diesem Mehr-Exposure-Effekt. Jemand, der mir häufiger über den Weg läuft, den finde ich sympathischer, anziehender, wird eher mein Freund. Es gibt wunderschöne Studien dazu. Wo der beste Freund dann? Wird eher mein Freund und wird natürlich auch eher ein Partner. Wir reden jetzt über Partner. Ja, aber da muss dann natürlich auch das sexuelle Interesse da sein. Und da darf er eben nicht simpen. Ja, und dann geht es in die Richtung, ja. Wäre natürlich auch spannend, nochmal die Studien genau zu sehen, ob man dann auch vielleicht sieht, ja, also das wäre mal spannend, aber geschenkt. Dann haben wir einen ganz großen Brocken, an den viele gar nicht denken, weil sie so in linear denken. Das ist die Ähnlichkeit zwischen den beiden, die da was macht. Ja, also Ähnlichkeit, das ist ja auch eine relativ klare Sache, dass wir Dinge halt auch, ja, wenn wir halt ähnlich ticken, wenn man viele ähnliche Eigenschaften hat, ähnliche Ziele, ähnliche Wünsche, ähnliche Lebensweisen, dann fühlen wir uns halt gleich auch näher. Ja, aber das ist ein Teil von Komfort und Rapport auch hier auf jeden Fall. Ja, aber Gegensätze ziehen sich an. Nein, Gegensätze ziehen sich auf der biologischen Schiene eher an. Da wissen Sie, der Mann... Ja, das ist zum Beispiel biologische Schiene wäre zum Beispiel der Geruch, wenn dann diese Neurotransmitter im Hirn feststellen, dass das Immunsystem der Frau mit dem eigenen Immunsystem kompatibel ist, ja, weil dann ein sehr gesundes Kind gezeugt wird. Wenn Mann und Frau sehr ähnlich sind, ist oftmals genau hier ein Problem und dann können wir uns auch nicht so gut riechen. Das ist sehr spannend. Also ich muss auch selber sagen, ich habe schon Frauen, die sehr hübsch ausgesehen haben, musste ich aber ablehnen, weil es einfach nicht so gepasst hat auf dem Date, weil ich die einfach nicht riechen konnte oder einfach den Eindruck hatte, das passt einfach nicht. Ich hatte einfach so ein Gefühl, ja, und jetzt auch meine jetzige Freundin, also ich kann die sehr, sehr gut riechen, selbst wenn sie schwitzt. Die Frau, das sind 90 Prozent, sind heterosexuell und die Frauen der Mann ähnlich. Ein bisschen anders bei Frauen übrigens, aber das führt schon wieder zu weit. Ja, da schweifen wir ab, aber Heterosexualität, da muss man auch immer gucken, wie das dann gemessen wird. Aber Frauen sind schon eher auch geneigt, auch gleichgeschlechtliche, sexuelle Dings zu machen als Männer. Aber ja, geschenkt. Qualität, ja, ich habe auch damals lustigerweise ein Video gemacht. Führt schon wieder zu weit. Aber Ähnlichkeit zum Beispiel in der Herkunft, im sozioökonomischen Staat. Herkunft auch ganz wichtiges Thema. Eine ganz miese Blackpill an der Stelle. Viele Frauen, also westeuropäische Frauen lehnen zum Beispiel Männer ab mit dunkler Hautfarbe. Ganz unterbewusst, weil, jetzt haltet euch fest, das ist auch krass, es ist ein Risiko von solchen dunkelhäutigen Männern schwanger zu werden, weil die Geburtskanäle ganz anders sind. Ja, also ich habe mal mit einer Hebamme geredet, die hat gemeint, dass Frauen schneller als Risikoschwangerschaft eingestuft werden, ja, wenn zum Beispiel der Vater ein dunkelhäutiger Mann ist, weil tendenziell das Baby größer wird und dadurch das Risiko von Kaiserschnitt größer ist. Ich weiß nicht, ob ich da scheiße labere, weil ich habe es nicht, also nie in einer Studie oder irgendwo im Internet gefunden, habe es auch nicht gesucht, aber das hat mir mal eine Hebamme gesagt, das fand ich auch mega spannend zum Beispiel. Und da kann man sich dann auch erklären, dass zum Beispiel Ethnien, ja, auch eher dazu neigen, unterhalb, also innerhalb der Ethnie sich einen Partner zu suchen, wenn man sowas im Hinterkopf hat, ja. Bei Männern ist natürlich egal, aber bei Frauen kann man hier schon sehen, dass da eine gewisse Präferenz sich auch ausschlagen kann aufs Unterbewusstsein. Das ist auch in der finanziellen Situation, in der man steckt, Ähnlichkeit in Einstellungen, ja. Finanzielle Situation, Einstellung. Die Art und Weise, vorhin hatten wir gesprochen, wie man verreist, ja, und so weiter, das spielt alles eine große Rolle. Und dann haben wir als vierten und letzten Faktor an dieser Stelle die Reziproge-Zuneigung, also auf gut Deutsch, so nennen wir das, auf gut Deutsch, wir mögen Leute, die uns mögen. Das ist ein sehr starker Faktor, der oft auch über Ähnlichkeit oder Nähe und so hinweg noch stärker ist. Jemand, der mich mag, den mag ich, hängt mit unserem typischerweise positiven Selbstbild zusammen. Ja, aber das ist ja, also jetzt habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass man jetzt ein bisschen verwässert, ja, zum Thema, also wen mag ich, ja, und was ist ein potenzieller Partner, ja. Das wird jetzt hier so ein bisschen verwässert, da muss man aufpassen, ja, weil wenn ich jetzt, klar, wenn ich jetzt einen mag, zum Beispiel gibt es ja auch dieses Phänomen, mir fällt es jetzt gerade nicht mehr so ein, Marc kann es ja mal einblenden, zum Thema, wenn man einen Gefallen tut, zum Beispiel, ja, dann habe ich ja auch gleich mehr Sympathie für die Person, für die ich einen Gefallen getan habe, ja. Wenn eine Person einen Gefallen einfordert von mir, ich den Gefallen tue, dann ein ganz komischer Effekt, aber sowas erzeugt Sympathie, ja. Aber hier sind wir auch ganz tief in diesem Komfort- und Rapportthema drin, das ja wiederum mit der sexuellen oder mit der Anziehung an sich, mit Attraction aus Pick-up-Deutsch nichts zu tun hat an der Stelle. Also ich denke, ich persönlich bin ein toller Mensch, die allermeisten denken das, depressive Menschen. Das würde ich verneinen, ich glaube, dass die meisten Menschen sich nicht selber als tollen Mensch bezeichnen würden, sondern das ist eher, glaube ich, das muss man eher trainieren und dafür arbeiten, dass das klappt. Mal ausgenommen, die haben ein anderes Problem mit ihrem Selbstkonzept und wenn mir das von außen bestätigt wird und jemand anderes mir sagt, du bist toll und ich mag dich, dann mag ich den auch, selbst wenn er mir unähnlich ist. Cool, das ist eine schöne Sache mitzunehmen. Das heißt aber, dass ich so ein lineares Programm, du musst das sagen und du musst so und so sein und am Ende noch authentisch, ja, wir haben ja gerade drüber gelacht, das funktioniert nicht. Ich müsste ja wissen, wer sitzt da und was hat die für Interessen und wo will die hin? Und da sind wir halt auch wieder am Punkt, wo ich dem Professor ja 100% recht gebe. Es geht ja darum, dann geeignete Partner zu finden. Also du kannst nicht, also theoretisch, ja, ich rede jetzt von der Theorie, aber das ist ein sehr, sehr theoretisches Beispiel, könntest du bei jeder Frau landen. Aber du müsstest immer genau wissen, was ist sie für ein Typ, ja, worauf selektiert sie im Moment anhand ihres Zyklus, Prägung, Erziehung, Konditionierung, Jugend und so weiter und so fort. Und dann müsstest du ihr genau das geben, was sie gerade sucht, ja, und müsstest auch genauso aussehen, worauf sie selektiert. Wenn du das machst, Aufwand geht wahrscheinlich gegen unendlich, um sowas einer Frau zu geben und dann wärst du natürlich auch noch mega unauthentisch, dann wird es funktionieren, wenn du dann noch authentisch werden würdest. Aber das ist ja Bullshit, ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch bei Dating-Coachings den Ansatz wählen, was möchte ich, ja, deswegen mache ich auch oft mit den Jungs einen sogenannten Traumfrau-Avatar, wo wir einfach mal gucken, was sind denn deine Präferenzen eigentlich, wo möchtest du denn, also welche Frauen findest du denn interessant. Und dann macht man eben hier auch das persönliche Gespräch, was ist für ein Typisch, was für ein Charakter ist, was er vielleicht schon kann, was er vielleicht noch nicht kann, um dann auch quasi ist und soll zusammenzubringen, damit er dann die Beziehung führt, die er will, die Frauen anzieht, die er will, das Leben führt, das er will. Und da, wie gesagt, gebe ich dem Professor recht, es gibt da nicht diese eine, diesen einen Weg, jetzt ganz philosophisch, Leute, zuhören, ja, es gibt nicht diese eine Straße, aber es gibt viel, also es gibt diese eine Straße, aber es gibt viele Spuren auf der Straße. Philosophie-Monster-Marcel Herzog an der Stelle. Was hat die für Eigenschaften? Sind meine Eigenschaften ähnlich und so was? Und das alles, wenn ich es dann mal zusammenfasse, führt das eigentlich dann auch schnell zum Frust. Ja. Ja, also ich probiere das, ich leihe da mein Programm ab, die anderen merken das doch, ich bin ja gar nicht authentisch, sondern ich habe im Hinterkopf, du musst jetzt das sagen und du musst jetzt so reagieren oder so agieren. Ja, weil das dann, das, genau das passiert dann eben nicht, dass man die ganze Zeit nachdenken muss, sondern es wird dann ganz, zu einem Teil von einem selber, so ganz automatisch. Man hat bestimmte Gesprächsthemen, die man halt oft dann auch wählt, wo man dann, wo einen dann auch interessieren bei einer Frau, wie reagiert es jetzt darauf, wie reagiert es jetzt darauf. Und dann entstehen da coole Gespräche und auch eine gewisse Unterhaltung ist dann da auch da, so, dass die Frau auch gar nicht anders kann, als sich wirklich dann auch zu einem hingezogen zu fühlen. Natürlich gibt es immer Frauen, die nicht kompatibel sind, das ist ganz klar, aber die wollen wir ja auch gar nicht, ja. Im Prinzip ist es so, man gibt der Frau, also erstmal ist man ein Typ, der in der Lage ist, viele Frauen von sich anzuziehen, ja. Wo Frauen sagen, hui, ja, der fliegt nicht unter dem Radar, das ist ein Typ, der hat was, ja. Dann kommt sie mit ihm ins Gespräch und dann ist der Typ in der Lage, auch Komfort und Rapport aufzubauen, Vertrauen, sodass das Mädel auch bei ihm bleibt und sich ihn mal genauer anguckt. Und dann zählt der Charakter, die Persönlichkeit, ist schon ein kompatibler Typ. Und dann geht es wirklich um den Kern der Persönlichkeit, ob die zwei zusammenpassen, ja. Der Mann gibt der Frau eine Chance, wirklich, dass sie auf das Innerste seiner Persönlichkeit guckt, wirklich seinen Charakter anguckt und die Kompatibilität prüfen kann. Und dann sagt die Frau entweder, jawohl, das ist ein cooler, kompatibler Typ, wir gehen den Schritt weiter, ja. Oder sie sagt halt ganz bewusst nein, was dann auch völlig okay ist, weil man muss nicht mit jeder Frau, mit der man quatscht, auch am Ende in der Kiste landen. Das ist ganz klar und das wäre auch falsch. Ich erinnere euch an den Satz, den ich tausendmal in meinem Buch geschrieben habe, Zitat von Sergei Linz, nimm dir die Kirschen und fress dir die ganze Torte, weil die ganze Torte wird dir auf den Magen schlagen. Das merken die anderen auch und selbst wenn es dann klappt, es gibt keine wirklich befriedigende Beziehung zu diesem Partner oder dieser Partner. Ja und das ist auch das, was ich am Anfang schon gesagt habe, wenn es dann klappt, dann ist es keine befriedigende Beziehung. Weil wenn ich dann nur den Satz habe, nur cocky und funny, da habe ich jetzt eine Routine und die bringe ich nur am Anfang, um die Frau mal kurz zu begeistern, dann wird es nicht funktionieren, wenn ich das dann beim zweiten Date einfach keinen Satz mehr habe, den ich bringen kann, ja. Oder ich einfach auch in der ganzen Beziehungsphase gar nicht so bin, ja. Das heißt, um da auch erfolgreicher zu sein, musst du halt eine tiefgreifendere Transformation machen, als einfach nur zwei Sätze zu lernen. Ich brauche dich jetzt mal, denn die Grundlagen fehlen. Es gibt vielleicht einen One-Night-Stands, herzlichen Glückwunsch. Ja, so toll ist das auch nicht. Aus irgendeinem, irgendwann, wenn man ein bisschen älter wird, ist man auch aus dem Scheißalter raus. Ja, das stimmt. Also One-Night-Stands am Anfang, glaube ich, das ist auch so ein Problem der Pick-Up-Community, das muss man schon auch ganz klar benennen. Sind viele, so auf dem Trichter, ich möchte jetzt erstmal ganz viele Frauen mit ganz vielen Frauen Sex haben. Ich war früher der eingeschüchterte Außenseiter, der als letzter in die Fußballmannschaft gewählt wurde beim Sport. Und jetzt möchte ich erstmal, jetzt genieße ich das tierisch, dass hier Frauen auf mich abfahren und ich möchte jetzt hier richtig Gas geben und bla bla bla. Ja, da sehen wir halt oft an diesen Trend, dass dann wirklich Männer meinen, sie müssten alles wegflanken, was geht. Und das ist natürlich auch, das schalte ich mal um, das ist natürlich auch ein bisschen krankhaft an der Stelle, weil man sich halt hier auch massiv die Bestätigung von außen holt, von der Frau holt und das widerspricht ja auch komplett der Red Pill an der Stelle. Man soll ja den Fokus auf sich selber haben, selber ein glückliches Leben erstmal aufbauen, selber wissen, was man will. Ja, natürlich ist es okay, Spaß zu haben, Erfahrungen mit Frauen zu sammeln, seinen Ängsten ins Gesicht zu blicken, ja, und ins Auge zu sehen, heißt er, und dann sich auch, ja, weiterzuentwickeln. Aber man soll nicht die Frau in den Fokus seines Lebens stellen, weder indem man eine Frau in den Fokus stellt, ihr hinterher rennt in der Friendzone als Simp, ihr Gefallen tut und hofft, dass man irgendwann mit ihr, dass sie irgendwann einen zum Freund befördert, noch, indem man viele Frauen wegflankt und bei jeder einen Strich in den Bettpfosten macht und sagt, boah, ich bin so ein geiler Typ, weil ich habe schon 100 Frauen gebummst und sich komplett darüber definiert. Also beides sind krankhafte Ausprägungen irgendwo, wo man Frauen quasi zu viel Wert, in Anführungsstrichen, zu misst, weil man sich darüber definiert. Das Beste ist der Mittelweg. Und ich sage euch eines, Augen nochmal ganz krasser Real Talk an der Stelle, wenn ihr mal ein paar One-Night-Stands hattet, so angetrunken um 4, 5 Uhr morgens, wenn ihr eine mit nach Hause genommen habt von der Disco und man einfach todmüde ist, eigentlich nur schlafen will, der Alkohol einen so ein bisschen vernebelt und man sich einfach nur denkt, also man ist zwar scharf und hat schon Bock drauf, aber in der Regel wird eben auch so Sex nicht so befriedigend sein wie eine Partnerin, die man über mehrere Dates dann auch trifft und man sich dann auch so in gewisser Art und Weise halt auch an sich annähert. Gut, das Video ist jetzt noch nicht ganz zu Ende. Ich mache jetzt trotzdem an der Stelle Cut, weil so viel Interessantes kommt jetzt auch nicht mehr. Wir haben jetzt echt lang geredet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilen, Liken, Abonnieren, Kommentieren an der Stelle. Und ich verabschiede mich jetzt. Spätestens in einer Woche hört ihr wieder von mir. Bis dann. Ihr wisst, kostenlose Beratung könnt ihr natürlich auch jederzeit in Anspruch nehmen, wenn ihr irgendwie selber noch ein Thema habt. Aber jetzt wirklich zum Schluss zu kommen. Ich wünsche euch einen Entspannten. Lasst sie ein bisschen baumeln. Macht's gut. Bis dann. Euer Marcel. Adios. Ich wünsche euch einen Entspanzen.